Wir sind uns sicher alle einig, Müll und Abfall auf unseren Plätzen und Straßen sind nicht Teil einer lebenswerten Stadt. Graz hat gemeinsam mit der Holding jetzt ein neues System eingeführt, Unterflurcontainer, für alle Müllfraktionen, für Leichtverpackungen, für Glas, für Metall, Altpapier und Restmüll. So tragen wir dazu bei, dass das alles vielleicht zugänglich barrierefrei ist, weniger geruchsbelästigend und mehr Platz schafft. So können wir alle unseren Beitrag leisten. Wir stehen hier vor dem Liebernauer Stadion und sind somit abfalltechnisch am Ball dabei, leisten auch Sie einen Beitrag und trennen Sie den Abfall für ein lebenswertes Graz. Unterflurcontainer sind Abfallbehälter mit besonders großem Volumen. So umfasst ein Unterflurbehälter in etwa die Kapazität zur Sammlung von fünf Kubikmeter oder 5000 Liter Abfällen. Das entspricht in etwa fünf herkömmlichen Behältern zur Abfallsammlung. Man sieht nur die Säule, wo die Abfälle eingeworfen werden. Der Rest befindet sich unter der Erde. Solche Unterflurcontainer stehen zum Beispiel am Kaiser-Josef-Markt oder in der Raiffeisenstraße-Ecke Fröhlichgasse. Und seit Herbst 2020 stehen diese Unterflurcontainer auch hier am Stadionplatz zur Verfügung. Für heuer sind weitere Standorte geplant. Die werden in nächster Zeit am Hasnerplatz und am Lendplatz realisiert werden. Gemeinsam schauen wir so, dass unsere Stadt sauber und frei von Abfällen bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017